Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Morgen am Leitstellenfahrt der MTG Verkehrsbetriebs AG. Also am 13.12.2019 veranstaltet die MTG Verkehrsbetriebs AG eine Leitstellenfahrt auf Ruhrgebiet über den Leitstellensimulator von OMSI2. Die ganzen Sachen werden live gestreamt auf dem Twitch-Kanal von Patrick und auf unserem YouTube-Kanal hier auf YouTube. Wer mitmachen möchte, kann sich ganz gerne bewerben. Irgendwelche Buswünsche, gerne schreibt uns dazu eine Nachricht. Wir werden diese Buswünsche dann, soweit wie es geht, morgen nachkommen. Oder beziehungsweise, wenn ihr es jetzt schon schreibt, werde ich mich da morgen früh schon dransetzen und die Buswünsche, soweit wie möglich, erfüllen, dass morgen Abend die Leitstellenfahrt pünktlich starten kann. Wie gesagt, morgen Abend, 20 Uhr, Leitstellenfahrt auf Ruhrgebiet. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir haben schon ein paar Anmeldungen bekommen. Ruhrgebiet, große Karte, viel zu tun. Morgen Abend von 20 Uhr bis zum 14.12.2 Uhr nachts geht es hier live, Leitstellenfahrt. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Wir freuen uns mega. Wenn ihr mitmachen wollt, dann bewerbt euch uns doch einfach hier bei der Leitstellenfahrt. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Donnerstag und wir sehen uns morgen am Freitag wieder. Nicht vergessen, 20 Uhr, Leitstellenfahrt, Ruhrgebiet. Wer mitmachen möchte, bewerbt uns, bewerbt euch doch und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.